Ich bin Sören, bin zehn Jahre alt und mache hier eine Woche Schwesterfahrt im Nachsorgehaus. Ich bin hier, weil ich eine behinderte Schwester habe und die Kinderhilfe ist dafür da, dass die Kinder mit behinderten oder schwerkrankten Kindern einmal die Erfahrungen gibt, auch im Mittelpunkt zu stehen. Und jetzt wünsche ich allen Mitspielern mit einem Megalos viel Glück. Zehn Euro gewinnen die Megalose mit den Inziffern 6, 8. Eintausend Euro fallen auf die 4, 9, 1, 2. Zehntausend Euro auf die 6, 7, 5, 0, 2. Einhunderttausend Euro auf die 9, 6, 2, 3, 1, 5. Und den Höchstgewinn von einer Million Euro im ersten Rang gewinnen die Megalose mit den Inziffern 8, 3, 2, 5, 2, 5, 6. Spielen Sie mit und helfen Sie Ihren Mitmenschen. Spielen Sie mit und helfen Sie mit den Inziffern.